Da muss man ja gleich mal doppelt hinschauen. Nach einer längeren Pause meldet sich Sophia Thiels auf ihren Social Media Accounts zurück. Mit einer unfassbaren Ankündigung. Anscheinend hat sie es tatsächlich auf das Women's Health Cover geschafft. Doch dort sieht sie mal so ganz anders aus als auf ihren herkömmlichen Fotos. Und das fällt auch ihren Fans sofort ins Auge. Ihr Gesicht wirkt deutlich schmaler. Dabei war es immer genau das markante Gesicht, was Fans an ihr so geliebt haben. Eigentlich echt schade, denn auch ohne Photoshop gibt sie ein beeindruckendes Bild ab.